Ich hab Post. Guck mal. Hm. Seltsam. Kein Absender drauf. Ach, was mag da wohl drunnen sein? Hm. Sporz-Elma nach? Das zum Henker sollte ich mit einer Sporz-Zeitschrift. Weiß, so Sport-Elma nach? Hm. Kommt mir das irgendwoher bekannt vor? Hm. Irgendwo hab ich das doch schon gesehen. Es ist... kommt mir irgendwie... ...irgendwie bekannt vor. Ja. Ja. Ergebnisse... ...Fußball... ...Baseball... ...Boxing... ...und mehr. Hm. Seltsam. Mhm. 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 Wsch...